jo leute und damit willkommen zurück zu minecraft restart beim letzten mal haben wir ja angefangen hier den höhengang runter zu bauen aber ich habe überlegt das ist eigentlich scheiße deswegen werde ich das ding auch wieder zumachen erstmal und den gang wanders hinsetzen boah das ist echt scheiße da so fackel weg und ach das habe ich ja dabei jetzt brauchen wir was wir natürlich auch dabei haben und schon wieder verbaut wie sie es gehört keine achse mehr weil ich auf dem server bauen was probiert habe ähm ja zack zack machen wir uns gleich mal zwei stück ich sollte die auch richtig bauen und zwar so ähm ja muss fressen ich glaube die den höhenreingang mal hier irgendwo hin was läuft da denn rum so das ist chameleon ja und zwar hopp hopp dauert es jetzt ein bisschen länger abzubauen müsste ich eigentlich die config noch mal ändern aber oder eine andere achse nutzen aber dafür baut sich das gleich alles von uns selbst ab ich habe ja nicht den timber mal drauf gemacht das zum beispiel bei ja so ein bäum da hinten dass er schnell abzubauen geht ob das die achse aussieht können wir mal probieren ich glaube sogar dass das eine spinnfee im baum und da wieder ein spawner ist oder ist das ein normaler great word boah das das dauert verdammt lange ich glaube ich sollte die config mal ändern ja obwohl um echt würde das auch so lange dauern glaub ich irgendwie so vor allem 60% jetzt oh ja jetzt geht es ein bisschen schneller aber dauert trotzdem noch Arsch lange und ich glaube die achse ist dann komplett kaputt was auch so ein riesen baum ist deswegen wäre Eisen schon ganz gut dafür oder vielleicht copper und push yay und die achse ist kaputt yay ich weiß nicht ob ich das hier machen soll ähm und zwar zack 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 besonders bei sowas wenn man das abbaut oh sag ich ja ähm ja soll man sagen sie ist nicht ganz ab gebaut die können eine schwimmende bombe wieder bei mir haben ich mach das mal wieder aus äh äh dich lass ich mal wieder in ruhe vergifst wirst du mich nur wieder ähm hm hm was haben wir denn da Eisen oh Eisen kann das sein dass es auch drin mit körper oder vor allem du kannst Eisen und mit der Eisenspitze ja abbauen äh oder es geht bestimmt kaputt so ja naja würd ich nur mal schauen ja wie machen wir das denn jetzt sagen verlängern wir das mal hier noch das Häuschen so damit vor allem was mich nicht gestettert dass das nicht unten hingegangen ist ja der bombe dauert auch natürlich etwas länger war ja klar und tschüss ähm ja zack obowohl das machen wir mal anders und zwar gehen wir halt hier mach ewig so und wenn man das jetzt mit der Tür gehört hatte das war mein Mitbewohner so zu blöd ist die Tür richtig zu zu machen weil klemmt irgendwie ein bisschen aber anstatt den Schlüssel zu nutzen nein einfach mal wie bekloppt der Irrer die zuziehen ähm 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 ja und zwar normale Bäume und zwar normale Bäume die natürlich mehr ein bisschen länger brauchen zack die verlieren natürlich gleich ihre Blätter weil sie zu nah dran stehen weil sie zu nah dran stehen okay da gibt's Marvel das ist auch schon schlecht nicht boah ey wenn man das jetzt in der Aufnahme hört ähm war mal war mal sechste Hälfte ist doch nicht Laternenumzug zumindest so geht grad die Musik war widerlich ich kann kotzen grad und das will nicht aufnehmen ich krieg echt zu viel ähm mal ich muss mal ganz kurz gucken sorry Leute jup Laternenumzug oh man ey und immer wenn ich aufnehme ich hab echt so ein Glück so naja lassen wir uns nicht weiter von stören was ist das? half kein? okay naja vor allem ich hab das noch nie gehabt dass man dazu Musik hat macht naja auch egal oh die Sonne geht gleich wieder runter wir müssen was fressen bevor wir gleich wieder Schaden kriegen Schaden Schaden ja den Schaden hab ich schon das weiß ich so Forrestace ich frag mich immer noch wie man das ändern kann hm 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 ja das muss aber eigentlich hier gehen nicht da oder? nee äh naja das ist die Webmap Fullscreen Map äh hm 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 ja sind zu blöd dazu das richtig zu finden na gut aber erstmal Ab nach Hause. So, danke. Danke, danke, danke. Wee. Und, gute Nacht. Wünschenbett hatten wir ja ganz schnell. Was auch ganz gut ist. Mann, da haben wir ja viel Holz erarbeitet. Aber so wenig, wie ich gerade gesammelt habe, ist das auch kein Wunder. Zack, zack. Schon wieder nur zu gemüt, die Kiste. Ey, das ist ja nichts Neues bei mir. Mann, ey. Hm, hm, hm. Dillee, dillee. Dillee, dillee. Sagen, mach ich hier auch. Obwohl, da kann ich das auch noch mal so machen. Ja, ich kann mir sonst gleich nicht mal ein, muss ich auch passen. Ja. Dillee, dillee. Dillee, dillee. Dillee, dillee. Dillee, dillee. Dillee, dillee. Dillee, dillee. Normalerweise würde ich mir eigentlich auf die Mini-Tour gehen, ne? Aber das ist nur, weil ich das vorbereite für die Mini hier. Yay. Yay. Oh, das war die Schaufel. Toll. Ich brauche mir ein anderes Material. Ähm, so. Ja, klar. Ich baue auch Sticks, sonst kann ich mir keine Schaufel bauen. Bin so ein Schlau immer. So, die da haben, zack, 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 zack. Äh, ja. Ich weiß nicht, ich laber wieder nur Müll. Aber ist ja ganz normal bei mir. Kennt man ja. So, das haben wir. Sagen. Warte mal. Dillee, dillee, dillee. Hm. Ja. Soll er hier sein? Soll er hier nicht sein? Wie wollen wir sagen? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. So. Ist ganz gut von der Höhe. So. Dann klatschen wir noch Holz wieder rein. Zack, zack, zack. So. Dann haben wir auch die Hütte schon mal ein bisschen größer. So. Mal so. Im Eingang. Ähm, ja. Sowohl. Sagen. Ich mach den Eingang dann hier hin. Und dann so. Zack, zack, zack. Komm hier raus. Jetzt wollte ich da Hände hinklatschen. Bin auch gut. Ähm, ja. So. Meine Güte, was ist das heute? Ähm, ja. Tolle Farbe. Wolltest du sagen können wir uns mehr? Ah, natürlich habe ich noch Holz. Ähm. So. Zack. Tolle Farbe. Wenn du die abbaust. Zack. So. Dann noch ne Tür. Und, noch ne Druckplatte. das ist ganz geil gemacht dass die türen jetzt fließend aufgehen ja ist gut musik aber ich hab gesagt mal nichts zu Oh, so diese Ecke habe ich scheiße gemacht Aber wenn schon, kann ich das eigentlich auch gleichmäßig machen So Zack, 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 zack Ähm, ja So Zack Ah, fuck Natürlich, ich gehe dahin, wo ich das nicht abbauen kann Würde ich aber nur sagen Würde ich sagen Krebs freudige Regenwärmer mit aus Was dann hier runter geht Und wenn ich was habe Äh Ja, das ist auch geil Ich baue noch ein Exif für Treppen Deswegen so hoch Ähm, ja Das muss hier noch alles weg Ich übertreibe natürlich mit den Eingang gleich wieder Naja, was soll's Äh Okay, das dauert noch bis die Sonne runter geht Zack, zack, zack Ich würde sagen Eins Das reicht sogar so schon Tja, die Viecher hätte eigentlich nicht mehr überspringen können Ähm Ich glaube, das Hündchen ist ja gerade runter gesprungen Dumbes Vieh Mann, dauert das lange Äh Zack Zack Das sieht auch komisch aus So Zack Na gut Aber wie ich gerade sehe Die Zeit ist auch schon um Ich baue das noch kurz da fertig zu Äh Zack Zack Es wird gerade dunkel Passt auch Zack Och The Blood Moon Scheiss 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 Der Blutmond Nein Kein Blutmond Tschüss Das ist auch gut Jo Yo Ich kann nicht pennen gehen Aber gut Leute Dann würde ich sagen Gehen wir jetzt beim Blutmond schlafen Ich setze hier aber nochmal fucking hin Bevor Das gleich wieder Spawned hier Bei mein Glück Na gut dann würde ich aber mal sagen Bis zum nächsten Mal bei minecraft restart Ciao 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 Das ist das Das ist das